ja sobald wir rausgefunden haben wo genau welche teleporter hinführt können uns doch einiges an weg sparen denke ich tempel des lichts nahe kommt nicht ablenken lassen also da sind wir reingekommen da sind die pferde hier werden zugang zur wüste um uns hier mal um so groß wird die wüste ja schon nicht sein ich denke schon aber wo kann eine mine sein die wird nicht mitten in der pampa sein die wird irgendwo an dem hügel hier sein oder an einem hügel da hinten zum beispiel da sehe ich doch was aggressive greifen von hier können wir nicht zaubern zu zu der säure strahl ist echt super ach ja damit demnächst noch implosion haben für unsere druiden ist alles gut so da hinten sind noch zwei und einer von scheint ja greif stärker zu sein oh da hinten sind noch mehr aber na gut swish ja jetzt ein bisschen mehr aus so gold 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 noch ein jagd greif noch ein jagd greif mana ist bald alle aber wir haben ja ein bisschen was zu essen dabei das passt schon noch eine kiste wir haben gerade bewahrung an also rauf da und sie ist gar nicht wir haben eine pfeil versehen können wir das wirklich brauchen nix brauchen wir wirklich noch so ein albernes ding geht so schlafen schlafen ja du machst schon mal fackellicht weil wir kommen gleich in die mine rein du machst du aha und du charmfurt verjagen berserker helden tun betrifft die ganze gruppe so gucken wir mal rein da obwohl sie erst kürzlich von den zwergen verlassen worden ist kann man immer noch erkennen mit welcher sorgfalt und mühe sie an dieser art mini gearbeitet haben zwergenkunst halten sieht gar nicht so gefährlich aus schleifen okay problem schleim wird vom säure strahlen nicht wirklich tangiert das heißt du musst deinen zauber wieder wechseln auf den lächerlichen eis strahl da ja der funktioniert du stopp du hast jetzt keinen standard zauber mehr weil die werden davon auch nicht schaden nehmen nein stopp standard raus so jetzt kann ich schön e-spammen wow 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 du heilen sie sapphierschleim der ist schon sacken härter als das grüne zeug da du heilst dich selbst du bist gleich kaputt du heilst dich nochmal selbst du verabstreichst einen heiltrank wir haben keine heiltränke mehr oder wenige warte mal laufen 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 heilen weiterlaufen ja die schleime sind nicht besonders schnell oh ach so das sind nicht schnell aber sind viele die schießen pingpong fliegende giftwolken das ist nicht schön da ist noch ein roter schleim zwischen und die heilerin ist k.o. hier nie raus,s师 raus, 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 okay und wir hatten schon extra lange gewartet bis wir hier gegangen sind Schlafen. Nein, Schlafen. So. Das kann ich nicht erkennen. Feuerstab für dich. Feuerstab für dich. Rüstung an Gerogon. Du hast jetzt einen Stab in der Hand, auch wenn das albern aussieht. Du auch. Sechs Fertigkeitspunkte. Wollen wir die kurz zuteilen? An wen? Wir wollten Meditation erhöhen. Ich denke mal, bei ihr ist es mit am wichtigsten, was es am meisten bringt. So. Meditation. Und jetzt noch ein Level ab und sie kann es auf sieben bringen für den Meisterrang. So, was brauchen wir noch an Zaubern? Wir brauchen erstmal wieder Fackelicht. Wir brauchen das. Wir brauchen Heldentum, nicht wirklich. weil wir machen keinen Nahkampfschaden. Wir brauchen Bewahrung. Wir brauchen kein Wasser wandeln. Schild. Verlangsamt einschlagende Fernwaffen. Zählen diese Giftwolken zu Fernwaffen? Betrifft auf jeden Fall die ganze Gruppe. Das ist schon mal schön. noch einmal so. Heldentum brauchen wir wie gesagt nicht. Leben erspüren nicht, Flug entfernen nicht. Wir könnten Berserker auf dem Schleim sprechen, aber ich denke nicht, dass Geist Sachen auf die überhaupt wirken. Regenerationen können wir noch auf alle zaubern. Held, sechs Stunden. Aber es bringt fast gar nichts, wie wir bei dem Ein-Arena-Kampf gesehen haben. Oh naja, das heißt nichts. Und ihre Mana brauchen wir auch nicht wirklich. So. Mausflug an. Rein da und schnell laufen. Oh. Die sind gar nicht mehr hier. Wow. Irgendwo schon. Da hinten. Und hinter uns. Ah ne, die fliegen nur echt Ping-Pong. Die Stäbe waren eine sehr gute Idee. Boah. Das Ding hält echt viel aus. Heil dich bitte selbst. Nicht den Zberg treffen. Ja, sehr schön. Macht kaputt. Du heilen. Mitnehmen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ah, den Zwerg könnten wir mal befreien. Ah, Hilfe. Sie wollen mich... Mich... Was ist geschehen? Wer seid ihr? Wir sind deine Helden. Und jetzt haben wir hier noch ein Zwerg. Die sehen sich verdächtig ähnlich. Oh ja. Wir haben jetzt zwei Zwerge, eine alte Dame und einen etwas tollkühnen Ritter, der wahrscheinlich einfach nur von zu Hause weg wollte. Und unsere Gruppe wird mit jedem Tag bunter. Oh. Gold. Ja, ja. Können wir alle verkaufen. Kraft 2, 50... Nee. So, wir haben ganz viele Schächte. Wo gehen wir zuerst hin? Rechts sich im blauen Gegenstand. Das ist doch ein guter Indikator. Von den Medusen haben wir bisher noch nichts gesehen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei der hergestellt. Ich habe noch gar keine Ader gefunden. Sollten wir auch die Augen offen halten? Da das ja eine Mine ist, werden ja bestimmt irgendwo auch Erzadern sein. Außer die Zwerge waren sehr, sehr gründlich. Aber nee, das da hinten sieht fast so aus. Tagebureintrag. Was sagt denn das schöne Tagebuch? Tagebureintrag. Alles in Ordnung. Wir haben tatsächlich einen perfekten Ort für den Aufzugsantrieb gefunden. Sehr nah an einem ständigen Dampfausstoß. Mit der richtigen Pflege sollte dieser Antrieb ewig funktionieren. Die Metalle, die wir in den tiefen Ebenen fanden, haben eine weit bessere Qualität als den Schrott hier oben. Viele Edelsteine und wertvolle Metalle haben wir allerdings nicht gefunden. Hoffentlich finden wir morgen bei den Grabungen etwas mehr. 12. August 1167 Wir sind durch eine anscheinend natürliche Höhle gebrochen und entdeckten eine furchterregende Kreatur mit dem Unterkörper einer Schlange und dem Torse eines farblichen Menschen. Da kamen die Medusen. Allein der Blick dieses Wesens reichte aus, um unsere Minenarbeiter zu Steinen starren zu lassen. Der Rest von uns ist geflohen und Drathen Keldin, unser Mechaniker, blieb zurück, um zu versuchen, den Aufzug stillzulegen. Ich weiß nicht, wo die Kreatur jetzt ist. Genau. Tod. Also, der Schreiber oder versteinert Gold. Das heißt, der Zwerg, der zurückgeblieben ist, hat es wohl nicht geschafft. Die Medusen sind alle nach oben und unser Auftrag ist jetzt halt, die Arbeit fortzuführen. Also nicht, weil der Tagebucheintrag das gesagt hat, sondern weil wir schon Aufträge bekommen haben. Wir haben ja ein Seil bekommen, mit dem wir das normale Seil ersetzen sollen und das Seil, das wir haben, das reißt innerhalb von einer Stunde, weil es halt angeschnitten ist. Das heißt, wir müssen uns dann echt beeilen. Wir sollten den Bereich so gut es geht entweder frei bekommen oder erst mal aufdecken und dann machen wir das und laufen schreiend raus oder wir machen das und laufen schreiend raus. Du kommst mit. Red Keldin. Keldin, das war doch auch einer von denen. Heißen die alle Keldin? Ja. Jero Keldin, Red Keldin. Okay. Aber ich denke, wir werden eher um die Medusen rumlaufen müssen. Weil diese Kreaturen hier, die man nur mit Magie bekämpfen kann, die konnten wir jetzt gut erlegen, weil wir die Zauberstäbe dabei haben, die allerdings auch begrenzte Ladung haben. Ja, reicht noch. Bei den Medusen können wir das nicht so einfach machen. Wir können jetzt nicht Talana, Lunanera und Lay zu Superkriegern machen, die im Nahkampf alles weghauen. Das klappt einfach nicht. Da hilft kein Zauberstab. Arvin Keldin, das war jetzt Zwergnummer 1, 2, 3. Das sieht verdächtig aus. Aber hier ist nichts. Okay. Wir haben ja schon zwei Gänge durch. Irgendwo müsste hier jetzt doch der Gang runter sein. Oder der Fahrstuhl, besser gesagt. Licht ist aus. Klick. Noch eine Sackgasse. Unser magisches Auge sieht da oben ganz viele blaue Sachen. Alles schon mal gut. Also in dem Schacht hier neben uns. Die sind ganz schön zickzack gelaufen mit ihren Gängen. Aber gut. Den Adern hinterher holen. Schleim. Erster kaputt. Zweiter kaputt. Oh, warte mal da hinten. Sieht das so aus, wenn da der Fahrstuhl wäre. Hier geht's runter. Was haben wir hier? Wasserwandeln. Nein, brauchen wir nicht. Umhang. Können wir mal gucken, ob irgendjemand noch mal alten hat. Die können weg. Können weg. Können weg. Du hast schon grün. Du hast grün. Du hast grün. Können also auch weg. Also ja, hier könnten wir jetzt runter. Wollen wir aber nicht. Wir wollen erstmal hier oben weiter nach Zwergen gucken. Oh, meine Theorie hat einen Haken. Wenn die Medusen rausgekommen sind, warum sind die Medusen denn nicht hier oben? Aber sie müssen rausgekommen sein und hier nach oben. Sonst wären die Zwerge nicht verstandert worden. Sehr. Können wir das wirklich brauchen? Oh, erkennen plus 4. Das klingt sehr gut. Intelligkörperresistenz erkennen. Das heißt, jetzt erkennen 5 plus 4. Steht unten drunter sogar. Bonus plus 4. Gudi. Du kommst mit. Du bist Zwerg Nummer 4. Sonst ist hier nichts. Okay. Den Schacht noch zu Ende. So machen wir schon. Karte. Karte. So. Der Gang da fehlt noch. Und wenn der Gang abgeschlossen ist, also da keine Gegner mehr drin sind usw., dann können wir runter. Also beziehungsweise dann laufen wir erstmal kurz raus oder zum Eingang, schlafen Runde, buffen uns neu und gehen dann runter. Wie gesagt, schreien durch eine Horde Medusenlaufen und so. Da muss man vorbereitet sein. Vor allem sollten wir Luna Nera immer schön wach halten, denn sie ist die Einzige, die man es entsteinern kann. Also abgesehen von Tränken, die wir gerade gefunden haben. Lähmung heilen. Ne, die sind alle nur für Lähmung heilen, nicht für Entsteinerung. Okay. Ja, das wird echt interessant. Da ist noch ins Werk. Noch ein Lähmung heilen. So, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Zwerge. Schleim. Oh. Heilerin, heil dich mal bitte. Heil dich. Oh, ping pong, ping pong. Gekapott. Keine, ah doch da, Gürtel. Gürtel? Können wir das wirklich brauchen? Hm. Alles weg. So, hier ist nichts. Hier geht's weiter. Ah ja, noch ein paar Verzweigungen, sehr gut. Wir brauchen noch mehr Zwerge. Oh, da hinten ist einer. Und ich denke, du bist nur sechs. Ich denke, die Stäbe werden bald alle sein. Also, wir haben noch diese grünen. Oh, die könnten wir jetzt veridentifizieren. Ja, können wir. Ein Eisstab und ein Schwarmstab. Also genau, ihr und ihr Zauber. Das passt ja. Hm, können wir hier irgendwo vielleicht schon schlafen? Ich will den Gang erst zu Ende gehen, wenn wir ein bisschen mehr Mana haben. Licht. Auge. Schleim. Da hinten eine Goldader und ich glaube, Aua. ein Stab auf dem Boden. Jo. Feuerstab. Du, zauber bitte mal. Bewahrung. Denn die Dinger können auch gerne mal einstürzen und dabei sehr viel Schaden verursachen. Das muss ja nicht sein. So, du, Daumen drücken. Oh. Okay. Hat sie schon mal ausgezahlt. Und ich höre Schlangen. Ja. Mal gucken, wie das laufen wird mit den Medusen. Das heißt, wie laufen wir jetzt? War noch überall, oder? Da war eine Sackgasse. Hoffe ich mal. Also wir laufen jetzt bis zum Fahrstuhl. Dann werden wir erstmal, also währenddessen heilen wir uns die ganze Zeit hoch. Wenn wir im Fahrstuhl angekommen sind, werden wir erstmal abgespeichert. Und dann buffen wir uns hoch, so gut es geht. Schildzauber vielleicht noch. Heldentum, falls Girogon doch ein, zwei von den Medusen erschlagen möchte. Zusammen mit Lay. Dann hoffen wir das Beste. So, Heilung. Eine Heilung noch für dich selber. So. Jetzt abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.